ja und hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem wecker ist schon wieder verschwunden warum auch immer zu verlieren wir können wahrscheinlich richtig viel herstellen was heißt das noch mal im mittler mittler ok das haben wir aber gar nicht müssen das erst bei ihr kaufen weil das ihr ernst einfach schmissen erlesene der mittler banner alter nein was ist das hier seite boah nein komm nieder das heißt wir müssen auch noch jagen gehen jagen dann müssen wir seite herstellen und wir brauchen noch drachen bad torf so selten ist alchemisches muss so farbe benannt ist von machi ähnlich ja und wir brauchen auch niederholz toll auf die woche niederholz auf geht's weil ich hoffe doch man hört das sind die jetzt nicht dass da mit so einer sms oder sowas gekriegt also wir müssen oder ist das ist das das dunkle oder ist das feige ich weiß es gar nicht und wir müssen pariererz finden wir müssen auch pariererz finden ich mal ein bisschen was schmerzt mir gar noch ein aber wie sagen du bitte auch verkaufen dadadadada da hat hier ein gruppe bitte mein mal die numa seite bitte so wir brauchen ja auch noch jeder war ich nicht kann eben 1 ja spielende und dann gehen wir erst mal nach drüben das ist ja vier stück müssen wir nur leder herstellen auch wieder fühle ich mehr keine ahnung aber eigentlich ist immer ein gutes jagdkrieg ich habe gedacht dass ich gerade im 1 gesehen habe aber du bist ja so ein schwarzes drei kilometer rennt das viel weit weg er jesus hier sind keine mehr so wie oder nicht so wie um acht stück reis aus können wir auf jeden fall ein bisschen was herstellen ich hoffe doch die buch nicht fünf stücken irgendwie ein jeder hinzustellen oder sowas so da müssen wir einmal gucken dass wir holz kriegen da genägen jeder ob es noch irgendwie so weiß bei euch auch so gut geschneit so viel geschehen so viel geschneit na herrlich draußen alles schön weiß ganz schön kalt wenn ich schon ein bisschen zu kalt darin und gebrochen bevor wir da jetzt nämlich gleich hin rennen nein die haben die gerade gefällt oder der jagt da komme ich hinten gleich nach palia jetzt diese palia erz wochen wir auch noch der kam gerade aus der hülle oder ich glaube der kam gerade hinten aus der hülle dann wird er wahrscheinlich nichts von da sein nichts mehr da schade aber die können schon mal kurz ausrüsten dann kommen wir hinten mich schon mal zu den minen ich habe dich vorher nicht gesehen das ist keins aber kürzelt ein rennen wir müssen nicht also bitte jetzt völlig falsch gerannt völlig falsch gerannt manu kürze die füge jagen rennt mich doch nicht alle um es wäre ganz liebreit sind lasst mich raten ihr kommt gerade aus der hülle habt palia jetzt danke sowie ein granat bedrohen ist nix mehr vielleicht haben wir glück und hier so ein bisschen palia erz aber heute morgen ist auch noch relativ viel das heißt wahrscheinlich ist geringe wahrscheinlichkeit dass wir überhaupt noch palia erzten und daher dass sie ja gerade dieses das ist keins in dem auch gleich mit ich komme gleich übernacht anstellen gewisse mehr hauen so heute morgen nicht zu erzählen überhaupt nix so dass man wahnsinnig kalt ist also heute morgen schon erledigen musse vielleicht finden wir haben vielleicht haben wir ein glück und wir könnten heute vielleicht sogar level 9 schaffen mit der angst mit der pickaxe so dann gehen wir gleich dahin vielleicht haben wir glück und da ist noch was vielleicht haben wir glück das habe ich den fisch verkauft noch das heißt wir haben gleich voll ist immer tag das ist super und wir müssen noch gucken dass wir sehen dass wir dings kriegen wiederholz du bist kreins ne ich überhaupt vorher schon jemand ich habe die immer verkaufen anstatt ich mal eine zurück halte da 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 ist ich habe ich nicht alleine war dann müssen wir mal kurz gucken was merken wir das warte mal schätze gemeinschaft server also wie kann man denn noch mal server flut flut was irgendwas da gucken wir jetzt mal was ist das was das ist noch einer wow drei stück und vier fünf hier ist es okay ja aber könnten wir die jetzt bitte fällen bitte 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 ich weiß mich nie ich weiß mich nie damit das anhält da unten ist noch einer kommen wir jetzt wieder hoch kommen wir jetzt wieder hoch bitte 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 ah right okay ich mach das noch mal alles so fällen bitte jetzt haben wir jetzt haben sie es leichter gemacht also das muss man nicht erlassen ja dass ich meine das sind ja ich gehe nochmal durch ich habe mich jetzt war alles total bescheuert so sind jetzt endlich alle da dass wir jetzt endlich alles fällen können der ist keiner es ist so viele ich bin ja mal gespannt ob das ist öfters passiert dass wir sowas hier haben mitnehmen mitnehmen hier habe ich gar kein zu gekriegt aber hier habe ich was von gekriegt okay wir haben jetzt gekriegt 24 24 ist ja schon gut wir haben auch vorher auch ein paar jetzt müssen wir mal ein kurzer darin hätten darin hätten wenn wir glück haben finden wir auch eine ich weiß bloß nicht wo ich gerade hinlaufe hat irgendjemand glück toll bei diesen aber zu selten sie irgendwie mal spendet ein pilz das bin ich auch diese blühwürmchen kriegen also meistens ist das hier irgendwo oder immer hier irgendwo wir brauchen eine darin aber bitte 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 hier ist meistens auch mal irgendwo eine aber wir haben kein glück manu 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 ja noch mal kurz gucken aber hier sind meistens immer diese gewürzteile und pülse ja so aber keine darin elke es ist aber auch mist aber wir haben jetzt ein bisschen holz gekriegt das ist ja schon mal schon mal ein bisschen was war keine abgedämmung zwischen guck mal ob hier nach oben ist das sieht man hier habe ich noch keine gefunden aber kann ja auch sein dass sie hier vielleicht haben wir jetzt glück mit bei dir erz hier war schon jemand hier war jemand hier war jemand was ist der Nächste hier k k k k k wo denn na aber starry ist glaube ich wieder was anderes da hinten das war die falsche ach da wie kann man denn dieses dieses hochschießen machen was ist das denn das für ein komisches grösch hier gut vectum und gut und 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 aber wir haben auf jeden fall wir jetzt schon mal die necke das ist ja schon mal ich habe noch mal glück dass wir noch so ein schluss kriegen so dass wir diese folge wir sehen uns denn in der nächsten